Als ich mit Papa arbeite, habe ich mitgekriegt, dass das eine super Firma bei der Rotax ist. Wie ich schnuppern war, hat mir das recht taugt, dass so viele Leute nett waren. Dass wir auch weltweit sind, das ist recht gut. Weil es mir recht taugt, dass ich mit Motoren arbeite, dass ich selber drauf schraube und dass ich das entwickeln kann. Also es gibt verschiedene Zusatzkurse für Kfzler. Zum Beispiel in einer Woche haben wir einen Kfz-Kurs, wo wir einen Luftfahrzeugmotor schrauben. Da schrauben wir zu fünft einen armen Motor und zerlegen den komplett und bauen den wieder komplett zusammen. Also ich möchte gerne in der Entwicklung arbeiten. Selber am Motor entwickeln oder Pferde verpissern, die was schon da ist. Und selber drauf arbeiten. Wir�도ien. Wirklich compete! Wirklich Music Termin. Drei.